In dieser Folge klären wir jetzt die Frage, was ist überhaupt wichtiger, Content-Qualität oder Audio-Qualität? Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast, Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net slash unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank! Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast Agentur Podcast Liebe und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, in dem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net slash Kennenlerngespräch und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Als ich mit den Podcasten damals anfing, da hat man echt noch gesagt, solange der Content stimmt, da ist es mit der Audioqualität nicht so wichtig beim Podcast. Frage ist natürlich, ist das heute aktuell noch der Fall? Und ich kann dir ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also es muss wirklich beides stimmen. Der Content muss stimmen und auch die Audioqualität muss top sein. Das heißt, du musst wirklich gucken, dass du inhaltlich einen Mehrwert lieferst für deine HörerInnen. Und es ist ganz wichtig, dass dieser Inhalt natürlich für deine Zielgruppe auch relevant ist. Ist irgendwie logisch, aber manchmal habe ich es auch, dass wirklich Kundschaft sich Themen überlegt für eine Folge, die gar nicht so sehr für die HörerInnen relevant ist, sondern mehr für sie selber. Und man macht den Podcast nicht für sich selber, sondern für die Kundschaft. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar muss es in jeder Episode sitzen, der Content. Und zweitens natürlich muss die Audioqualität auch top sein. Und das auch wieder in jeder Podcast-Folge. Da kannst du dir auch nicht erlauben, dass du sagst, ah gut, die zwei Podcast-Folgen, die waren jetzt ein bisschen daneben. Habe ich schnell ins Handy eingesprochen, passt schon. Das geht einfach heute nicht mehr. Das klingt jetzt erst mal wie Behauptung für dich. Du fragst dich vielleicht, warum ist das überhaupt so? Also Tatsache, wir haben ja heutzutage viel mehr Podcasts als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen ist es natürlich so, für deine Zielgruppe gibt es eine Riesenauswahl an Podcasts. Das heißt, ist dein Audio schlecht, dann hören sich die Leute einen anderen Podcast an. Ist der Content mies, dann passiert dasselbe. Sie wandern zu einem anderen Podcast ab, der in etwa das gleiche Thema hat, so ungefähr. Und es ist auch dabei total egal, was für ein Format du jetzt fährst. Also wenn du sagst, naja gut, dann mache ich halt ein Interview, dann habe ich ja den Gast da, der wird schon was Spannendes erzählen. Das muss natürlich auch durchkonzeptioniert sein, damit der Content wirklich sitzt und sinnvoll ist für deine HörerInnen. Und ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, genau, ganz wichtig, wenn du jetzt beim Thema Podcastformat, das dockt natürlich so ein bisschen an an dieses Podcast-Content-Thema. Wenn du da noch unsicher bist, ob du sagst, du machst ein Interview, du machst eine Solo-Folge oder eine Co-Moderation oder was auch immer, dann kannst du das rausfinden mit unserem Blogartikel. Da schreiben wir eben über die verschiedenen Podcast-Formate für Unternehmenskommunikation. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Und dann wirst du da auf jeden Fall schon mal mehr Klarheit haben, was so deine Podcast-Themen angeht und wirklich weißt, welche Themen du für deinen Podcast auch entwickeln kannst. Nimm dein Podcast-Interview online in Studio-Qualität mit der Software Riverside auf. Unsere Kundschaft ist wirklich durchweg begeistert und wir sind es auch. Mit unserem Link kannst du unsere Arbeit unterstützen und direkt mit Riverside loslegen. Den Link findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank. Dann als nächstes die Frage, warum muss denn jetzt Content und Audio sehr gut sein, wenn es vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war und man sich auf eine Sache stützen konnte? Also denk mal drüber nach. Dein Podcast im Gesamten repräsentiert ja deine Unternehmensmarke. Und deine Brand liegt natürlich einmal in den Themen für deinen Podcast. Da brauchst du einfach gute Podcast-Themen. Und auf der anderen Seite liegt es natürlich auch beim Podcast-Aufnehmen in der Audio-Qualität. Also es muss beides einfach gut sein, weil beides deine Brand repräsentiert. Und eine potenzielle Neukundschaft, die deinen Podcast anhört, die gewinnt ja auch einen ersten Eindruck von deiner Firma. Und wenn sie das über den Podcast bekommt und merkt, ah, das klingt ja super, klingt gut, klingt seriös, weil die Qualität top ist, da kann ich gut zuhören. Und ja, ein Non-Audio-Profi kann auch beurteilen, ob eine Audio-Qualität gut ist oder richtig schlecht. Dann macht das einfach einen guten ersten Eindruck. Und wenn du es dir da schon versaust mit deiner Hörerschaft, ist das eben nicht so ratsam, sage ich mal so vorsichtig formuliert. Ja, das heißt, die Qualität, die du in deinem Podcast an den Tag legst und die dein Publikum da erfährt, die wird es natürlich projizieren auf dein gesamtes Unternehmen. Also wenn jemand einen Podcast hört und da eine Top-Qualität bekommt, inhaltlich sowohl als auch von der technischen Seite her eine Podcast-Aufnahme, dann verstehen sie, ah, toll, wenn der Podcast super rund klingt, dann werden die wohl auch gut arbeiten in ihrer Dienstleistung, wenn ich die buche. Die Produkte werden top sein. Natürlich ist das erstmal nur eine Projektion, aber ich bin mir sicher, dass deine Produkte gut sind, dass deine Dienstleistungen erprobt sind und wirklich gute Lösungen darstellen. Dann soll das bitte auch im Podcast so klingen, weil nur dann kannst du auch ein schlaues Podcast-Marketing betreiben. Ja, wenn dein Podcast nicht gut klingt, wenn der Inhalt wirklich mehr als schlecht ist, dann wird es sehr schwer sein, deine Podcast-Aufnahmen zu vermarkten. Bis nahezu unmöglich. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unseren Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net Also, das ist ein kurzer Input in dieser Folge, das weiß ich, aber ich möchte dir gerne mitgeben, Content ist key, Audio auch, ganz wichtig. Du kannst es betrachten wie so ein Zusammenspiel von beidem, was dann insgesamt deine Firma repräsentiert in deinem Podcast. Und das Ding ist, wenn eins von beiden nicht stimmt, sei es Content oder Audio, oder natürlich auch beides, wenn es beides nicht stimmt, dann verlierst du HörerInnen und zwar das dauerhaft. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du willst. Du willst eine gute Audioqualität, du willst gute Podcast-Themen, deswegen liefere auch beides. Und dann würde ich sagen, hast du schon mal eine gute Grundlage gelegt, wenn du dieses Verständnis zumindest hast, wenn du selbst noch nicht genau weißt, wie du es hinbekommst, gar kein Problem. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel uns als Podcast-Agentur, da können wir dir auch bei helfen. Und ich möchte mich bei dir einfach nur bedanken, schön, dass du heute dabei warst. Ich würde sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Und vergiss nicht, mach dein Business hörbar, und zwar in guter Content und Audioqualität. Also, bis bald. Deine Hannah. Ich würde sagen, wir sehen uns, wir sehen uns,